so ist sie mit ihren Kommandos so schnell wie möglich platt zu machen es war möglichst noch in der Luft leckt mich ich sehe mal den richtigen an leck mich oh du Mistgurke der Einfall ist reich was Mann Töte mich doch gleich komm ich lass mich jetzt von dir töten ein kompletter Fehlpart wieso muss man das alles nochmal machen das ergibt doch keinen Sinn nee dial das die tal oder Weg hier! Verdammt! Ach! Mich! Jetzt tötet mich! Oh, nicht. Oh, nicht! Aaaaaah! Oh! Ah! Huh! Ah! Ah! Komm schon! Ja, aus dem Level gekickt! Stimmt's jetzt auch! Geht doch! Das war doch schon ein bisschen besser! So, jetzt aktivieren wir das Zeil schnell... ...neu... ...neu... Oh, man hat hier einfach keinen Platz! Hm? Das war's für heute. 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 Das sollte schon ein bisschen besser aussehen, dann im Kampf gegen die andere Gruppe. Das war's für heute. 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 Okay, Leute, dann haben wir... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.